ja schon sind wir wieder da und stehen auch schon richtig und wir gehen natürlich tiefer ins labyrinth nummero 4 ja separation ja die schusswerke die habe ich jetzt wo ich sehe nix da werden wir alles so niederschnetzeln und wir müssen nach westen let's go west genau die andere seite so westen absolut richtig dann machen wir hier ja genau du bist auch geschichte wenn ich richtig informiert müssen wir jetzt in den osten ja fantastisch ja das waren wunderbare sechs jahre die ich im osten ja gut nicht alles war friede eierkuchen aber wo hat man das schon dass man ob da 6 überall friede voller eierkuchen ja jetzt steckt da so halb drin die menschen nicht so nieder die wappel lohnt sich nicht auszurüsten und das sind so viele dass wir so und wieder in die kalt in die kälte des nordens hier müssen wir hin gut ja dass das spiel jetzt langsam zu ende geht macht mich ein bisschen wehmütig und traurig und ja gut aber jedes gute spiel hat auch mal irgendwann ein ende nur ich werde das spiel wirklich so rum beenden dass ich das komplette spiel mit den dlcs und dann erst den endkampf mache hier mal gucken ob sich ob das sich lohnt oder nicht lohnt ich habe keine ahnung weil so habe ich das spiel noch nicht beendet also zack zack von hinten nach vorne durchs rückrad hervor jetzt habe ich denke so machen wir mal die kleinen finisher hier die sind auch nett mit der doppel seiten kommt schon und noch ein der fliegt gleich nach der remi so wo müssen wir hin in ob man moment sekunde osten müssen wir gut das müsste dahin sein jawohl und ja dann schaue ich mal was ich neues und fange und ach so stellen wir das auch rein also jetzt schon oft große arbeit seien die sich nein was für mich halt aber im stedia wo auch damit das war noch mal hier auch und in den westen bin ich nein nicht davor so ab rein da in das portal man der muss doch langsamer schwindel dem muss doch schwindelig werden von lauter hin und her reisen und da kommt schon wir haben es mal ganz schnell sagt erledigt haben wir denn hier oder ist noch so ein riesen radios als nein so das ist richtig hier ein schläft ohne beine zu stehen normalerweise die großen weg sind westen westen nor den osten da müsste der neun sein genau ja das wird also wirklich mal eine premiere dass ich das spiel komplett mit allem habe wo ich die relikte habe die buchseiten und und das ist wirklich nein 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 nicht für mich sondern für dich jetzt der süden und wir schon wisst wenn wir alles richtig gemacht haben stehen wir vor einer treppe nämlich treppen sind unser freund ja stehen wir auch halt ich muss noch mal gucken hier ist nichts und wir haben ja im grunde genommen alles was wir brauchen wir können nichts mehr verbessern oder in irgendeiner hinsicht auf motzen bessere waffen herstellen klar könnte ich jetzt nach wohl grümen reisen und mir haben wir 72 drei waffen besessene waffen ja kaufen aber die haben eigentlich viele haben zusätze und dafür gebe ich die kohle nicht aus auch wenn wir es nicht brauchen alter du sollst dahin der fluchte ich schätze nähe so ja du hast agonie hier mit dem trotteln aber das schild das ist echt massiv und so ja den werde ich nicht dran ziehen weil der ist immer so gemein den kann man nämlich nicht ran ziehen das funktioniert nicht der gibt uns höchstens noch mal in die fresse so 5 1 ist das ne ja westen du musst dein los zack zack schneller zügig die leute warten die wege werden weiter ne an seiner stelle würde ich mal zum arzt gehen immer diese hin und her reiserei so so nix ja ja freundschlöschung gut dann nicht klappt hier zusammen und halts sekunde norden so wummschner da ist der norden na klar immer den weitesten will ich warum auch nicht gut nie vor habe ich was anderes zu machen noch danach so ein spiel ich bin wie gesagt neuling da drin und bin ja hier ist klar der haut jetzt schön ab naja schön eingereist so tschüss jawohl die kreissäge schön die gebeine weggesenst so alles richtig alles gut wir stehen sogar richtig mensch welche seltener zufall so süden 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 hippie und box box so genau hier haben wir jetzt gesehen schwupp ein schwupp aus genau nein das nützt überhaupt nichts jetzt weiß ich was das war da bekommt man nicht wie vermutet bei mir gesagt bei schwarz stein das schwarze ableben sondern hier bekam man das in diesem level schwarzes ableben so westen da drüben hier bekommt man das schwarze ableben und ich zeige euch das ganz kurz das ist jetzt schnell gemacht hoffe ich jetzt schwarzes ableben da schwarze heilungs bonus der ist das ist echt nicht schlecht das hilft einem wirklich weiter wenn man zu diesem zweiten noch nicht irgendwo gesundheitsentzug oder irgendwelche gesundheitlich fördernden mitteln auf den sensen hat ja besten richtig so sollte ich durchstreichen dann wäre das auch glaube ich besser ja ja später aber nur später komm runter da so zack und den topf auf das hirn geknallt hervorragend na gut dann machen wir mal so ja sicher so als er überlegt sich das noch platt wird oder nicht so norden ja 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 norden bist dort dann werden wir uns dort auch hinbewegen voller demut ja gehen wir in den norden ich hoffe wirklich alles richtig gemacht hat ansonsten mache ich den ganzen scheiß wieder von vorne also nur nur ein so ein ding aber trotzdem blöd und nervt schlag zu schlage zu schlage hui so zack und einmal den topf aufs hirn geknallt uh, haben wir beide ah, schade wie hängt er denn da oh so ähm ganz am östlichen teil wollen wir hin und es ist auch der weiteste weg ja nun da heute halt wieder ein herrlicher tag ist und ich eine angenehmere nacht hatte als davor wo es so warm war und ja habe ich doch falsch gemacht ich glaube ja ja ich habe es falsch gemacht scheiße direkt ich muss nochmal von vorne beginnen und scheiße ah, habe ich es echt falsch gemacht ah, scheiße ich muss nochmal raus ich habe es geahnt ich habe es geahnt ich schweife ab hinaus ja es ist scheiße trotz aufschreiben und abstreichen müssen wir es von vorne machen gut Level 5 zack sammeln wir da zurück oh ist das kacke eh na gut rausschneiden werde ich das jetzt nicht nö es ist passiert was soll ich machen so jetzt westen achso noch nicht aber gleich ja genau den wollte ich als erstes willkommen her hier stell dich nicht so an und du das auf mich zu hauen oder zu schlagen oder zu treffen nein 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 jetzt werde ich hier ernst passiert mir jetzt nicht normal so westen zack wo bist du jetzt bin ich ein bisschen angefressen soweit sollte eigentlich nicht passieren äh äh ärgern 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 äh gut basiert ist basiert es gibt nicht viel alter dass sie auch immer den Fall schub oh nein 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 genau im letzten Moment noch und schön die Sense ins Rückrad gedrückt alter er steht neben mir so zack schnetzelwerk wieso kommt da noch einer raus das frage ich mich so wenn ich sie nicht fokussiere geht das besser genau so jetzt Sekunde wieder den westen da habe ich den fehler gemacht genau da hatte ich den fehler gemacht egal westen westen ja einmal westen waren wir jetzt muss man nochmal in den westen was war das denn jetzt habe ich dran gezogen scheißen dreck ähm ähm boah es gibt's doch nicht ey meine fressen ey ja da guckst du blöd so tschüss so war das jetzt achso ich dachte da wäre noch einer ja sorry da hinten ja durch die Quasselei komme ich dann trotzdem durcheinander aber auch ihr wollt unterhalten werden egal was man redet so und ich ärgere mich dann in der schwarz schwarz oh gut das tun wir ja du kannst nicht viel sehen wie du willst das ist mir egal da ist ach drei stück haben wir gleich davon so zack so wieso nicht klappt doch ganz gut würde ich sagen so und jetzt wieder östlichen teil westen oh ich stehe sogar davor hoffe ich doch so einmal kontrollieren osten jawoll so wenn ich jetzt nicht wieder vor der treppe stehe dann habe ich einen Fehler beim aufschreiben gemacht doch jetzt ist das geht doch als wenn ich hier ne nix wäre hier so ne so ein apple hannes und so ein komischen dauerlutscher ja ja aber wer ist das nicht in irgendein gewissen momenten dass man ein wenig versagt naja und was solls gehört dazu und wenn das nicht wäre na den menschen möchte ich kennenlernen der wäre ja perfetto und so wie ich das in meinem leben bisher gesehen oder gemerkt oder Bekanntschaften gemacht habe naja oh halt da sind oh Moment komm her ja du so wo sind die damen ah ich hoffe hier kriege ich den finisher hin weil das die sind für mich ja voll perfekt reingekratscht mit der hand rausgeholt und das erz ist geschichte da muss doch noch eine dame gewesen sein gut dann nicht so sechs jetzt einmal osten ich nehme mal an dass ich vor ne doch nicht so ja also perfekten menschen habe ich bis heute noch nicht kennengelernt es gibt leute die kommen nah dran ja aber perfekt ich glaube nicht an die perfektion weil jeder mensch hat fehler und das ist auch gut so das soll auch so sein dass die menschen fehler haben und es wäre ja blöd wenn alle perfekt wären und naja komm her ihr stell ja nicht so an du wirstchen so nächstes mal in den osten da müssen wir wieder hin am besten ich lass die alle zu mir kommen und bleib hier stehen das wäre glaube ich am angenehmsten so hinein aber für die hier mache ich jetzt einmal das so so da sind die damen hoppla lass doch die in ruhe so zack runter die runkel jawoll oh da sind noch mehr damen so die nuss runter zack zack nächste in fokus nehmen ich habe sie schon in fokus halt da ist noch was wunderbar so jetzt werden die niedergerasselt jupi du na am besten bekämpft man die wenn man sie mit der hand an sich ran zieht aber da sind diese vielen kleinen missstücke ähm die geister damen die haben die begleitung von den keine ahnung was das sind tote seelen von den gefallenen und die machen ziemlich heftigen schaden ja wenn die alle dieses inferno feuer spucken das macht keinen spaß dann das macht keinen spaß dann so komm her ja hast du mal mit scheibe ziehen ey ne geht nicht dahinten ist noch einer ja ich komme schon da wort sie mich zu bemühen du bist noch geschichte ja so und jetzt müssen wir komplett da ist der osten bestimmt nein der süden da muss ich auch hin super 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 hallo da so nun kommt schon her ja so treffe runter jetzt falle ich auch die treppen runter oh scheiße so zack was ist drin nichts besonderes nur schmöder mammon den wir nicht mehr brauchen nur 600.000 wir haben richtig viel 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 kohle ausgegeben ja zack ähm soweit haben wir denn hier als erstes hallo genau zack tipp gehst du da weg schickste oder nein dann nehme ich dich halt na ne klappt nicht klappt nicht immer ähm das ist blöd dass das nicht halt quatsch was will ich denn da das ist blöd dass das nicht immer klappt hat der kein ah das ist das zorn kosten brauche keine sau ja so ähm ne hab ich gar nicht mehr den ok ähm moment 82 ne das ist ja noch weniger gut dann halt nicht so wir müssen jetzt in den süden das werden wir in dieser session alles noch schaffen ich stehe sogar davor das kriegen wir noch rein das wird nicht das problem sein so darf sie süden ja alles korrekte mente immer diese damen die damen die meinen samennamen in gottes namen amen ja die ganze damen sind stecken oder ich habe nicht mit gerechnet aber egal aber noch eine damen ja hallo alter eine sm dame mein gut ist das eine agro so osten ups ich sehe nichts da da waren die kugeln davor ja so das war zu weit und ich muss ja sagen die hörner stehen mir ganz gut langsam gewöhnt man sich dran und echt prickelnd lasst doch mal diese da sein welche damen zeit ja noch eine so ihr seid jetzt aufgeschickt so alles ja nochmal osten hoffentlich war das jetzt wieder richtig und ich habe mich nicht einmal vergessen jetzt hoffe ich jetzt stimmt dann auch na ja gut ich kann ja nicht mehr als probieren muss ich ja jetzt ich hallo ja ja ich schieße extra so langsam so so weil wenn der nämlich leer ist dauert das länger wenn man nach mit dem nachladen als wenn man das einzelne macht so soll ich irgendwann mal rausgefunden ist jetzt keine welt neuheit aber ist so ja norden nein da ist der norden jo weil dann dauert es meistens immer so dann fünf sechs sekunden und wenn man dann so einzelschüsse raushauen dann kurz innehält dann dauert es so ein zwei sekunden eher zwei sekunden dann laden die sich wirklich schneller nahe gut und dahinten ist der klima da den wo sie nach drüben so ja 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 jetzt habe ich leer geschossen ja jetzt dauert es etwas länger ja aber gut hm so wenn ich jetzt wieder mitten im kampf geschehen bin dann habe ich mir das zweite mal vertan und dann werde ich so richtig sauer oh dann gnade euch Gott freunde nein alles gut auf dem friedhof gelandet mit den treppen ja wie wir ja wissen es stand ja vorher da treppen sind unser freund kann ich nicht direkt sagen weil sie müssen ja gelaufen werden und es wäre schön wenn sie hier so ein fahrstuhl rein gemacht hätten so hier am linken rand und dann schön drauf sitzen und runter das wäre geil gewesen ja so freunde das war es erst mal fürs zweite dritte mal heute und ja wir sehen uns spätestens gleich wieder oder morgen keine ahnung wünscht euch euer exodia black bye bye